Blu, wie gut kennst du Orange rechtlich? Vertraust du Orange? Nein. Und wenn ich dir sage, dass du nicht der erste Teampartner von Orange bist? Oh oh. Da bin ich irgendwie nicht überrascht. Was passiert hier? Was passiert hier? Und geht's da runter? Orange, das hast du genau richtig vorher gesehen. Ähm, Philipp, also wenn ich das mal richtig interpretieren darf wegen der Lampe, damit ihr das versteht, könnte eventuell irgendwann in den nächsten 100 Jahren auch noch ein Let's Play Half-Life 2 von dem Typen hier vorne in mir kommen. Du verfolgst mich? Oh mein Gott, du verfolgst mich. Ich wusste jetzt, ah du bist der Psychokiller, lass mich in Ruhe! Lass mich in Ruhe! Ähm, ich sag nur eins. Lamp. Ah, da muss ein Würfel rein! Ich schreck' mich doch nicht so. Und der muss hier rein? Hier muss ein Würfel rein! Wie kommen wir da hoch, verdammt. Wie kommen wir da hoch? Das ist die entscheidende Frage. Ich? Haha, nein. Hallo? Hä? Da kann man doch nirgendswo anders Portale setzen, oder? Doch! Ich hab die Idee. Jetzt hast du echt irgendwas von mir erwartet, oder? Setz mal hier im Portal hin. Ist schon. Ach nee. Hä? Da geht's auch nur nach Ron. Erst mal, bin ich doof? Bin ich blind? Blinde auch schon. Also jetzt... Ah, jetzt bist du schon wieder draußen, also... Ah, ja, wir sind blind. Hä? Ach, da! Oh, ich sollte vielleicht sterben. Nein! Das war aber knapp. Da... Badam... Bam! Bam! Oh... ah... Oh, das war... Ui, ein Schock! Schockstarre des Entsetzens. Wohin gehst du denn mal wieder? Ich dachte, ich schaue mir mal so die Umgebung an. Schöne Landschaft hier, überhaupt nicht eintönig. Das ist ja schön, gell? Das ist ja auch das wirklich so schöne an Portal, dass alles so individuell aussieht. Aber unbedingt. Ja, aber es ist ja so geplant wegen Testkammern und so. Scheiße! Hey, hier geht's echt tief nach unten. Hallo! Hi! Weißt du was, ich flieg einfach mal, da brauchst du keine Scheiße. Mano! Du kannst von mir aus gerne jetzt wieder deine Portale hinmachen. Okay, ich hätt's grad was gemacht. Du musst jetzt glaube ich da irgendwie, ne? Dass dann der Strahl nach da geht. Ja, ich werd mein Teil hier nicht. Ah! Ah, ich weiß! Ja. Ich werd mein Teil aber grad nicht los. Drück einfach E. Ja, 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 ja. Wo, hier? Jetzt geh nach unten. Ich brauch dich da nicht, verpiss dich aus meinem Strahl! Okay. Was muss ich da rot machen, an der richtigen Stelle? Das war die falsche Stelle. Das! Ah! Das! Ah! Andersrum. Wusste ich! Ja, das wird harscharf. Was machst du eigentlich? Ich hab da nur das Problem, wenn ich das Teil dauernd auf dieses Tabs stelle oder was es auch mal ist. Ähm. Dann... Hab ich ab und zu das Problem, dass es ab und zu aufhört. Und zwar nur so Klarheit. Ich fragte Blue gerade, ob er dir vertraut. Er hat nein gesagt. Ich vertraue dir. Du bist mein Lieblings-Testsubjekt. Aaaaaaah! Ich glaub wir gehen jetzt ne Beziehung ein. Weil wir glückliche Eltern von vielen Teilen auch immer nach Kindern. Ja, ich weiß ja nicht, wie es in Portal 2 ist, aber in Portal 1... Deswegen magst du mich wahrscheinlich nicht. Hab ich sie halt zerlegt. Du? Blue? Ja. In Portal 1? Aber als Frau. Hä? Haberst du? Blue ist doch keine Frau, das ist doch Blue. Blue. Blue ist eigentlich Atlas. Ja, du bist ein P-Buddy. Das ist mir an Blue noch gar nicht aufgefallen. Ja, haben wir schon? König, möchtest du etwas sagen? Nein. Ich möchte sterben. Blue bitte äußern dich. Verdammt! Ähm. Darf ich mich nochmal kurz deinen Scheiß da weg? Okay, die... Äh! Wieso kann ich... Da, 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 da. Hä? Was willst du denn da machen? Spring mal hier auf das... Guck mal hier. Bleib mal da. Weg da. Guck mal hier. Hier sind ja so Planken, gell? Nein. Hier. Hallo? Hier. Nein. Nicht wirklich. Wenn du hier drauf springst... Oh ja! Du sollst da auch nicht drauf springen. Ich will aber drauf springen! Keine Zaubel da drauf springen, jetzt geh da rein! Bin drin! Tief drin oder nur so heim? Okay. So richtig tief drin. Ach, du kannst dir grad nicht vorstellen wie tief. Ich kann mir grad 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 nicht vorstellen, wo die nächste weiße Wand ist. Hier oben. Ich will hier so lange mal Lars Stimme leise, weil so etwas will ich jetzt wirklich nicht hören. Möchtest du... Oh oh, ich hab Angst vor dem Teil da oben. Kann ich da nicht sagen? Jep. Wusste ich das jetzt wirklich erfahren. Ah stimmt! Da war was! Das war diese miese Falle. Ich kann mich überhaupt nicht an nichts erinnern. Überhaupt nichts an nichts erinnern. Da, wann immer du hier hinkommst... Warte, ich weiß nicht ob das für dich markieren kann. Du kannst nicht für dich markieren. Schau da oben, schnell schau da oben! Schau da oben! Da ist sowas, das dich immer zermannscht, wenn du da rein gehst. Ach das, ja? Du musst da ein Portal setzen. Da in eine andere Farbe. Nein! Geh wieder da zurück, wo du gerade bist. Jetzt bist du wieder tot. Ah! Mach nicht. So, nochmal. Also ich falle die ganze Zeit. Fallen ist ja meine Lieblingsbeschäftigung. Nein! Ähm... Fuck! Verdammt 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 verdammt! Nein! Meine... Ja, wenn du das hast, der Tor wollte wieder nicht. Wo muss ich jetzt was machen? Da, Portal hellblau. Und da, wo dein Portal dunkelblau ist, passt es. Na gut. Da, wo du vorher dein Portal dunkelblau hattest, genau. Boah, ich geh da nicht einfach random da oben rein. Viel zu billig. 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 Jaaaa! Richtig, Blue. Orange hört dich nicht. Was hat Orange? Wirklich? Danke. Mir das zu sagen, war sicher nicht leicht. Ähm... Nein! Wieder rückwärts! Wieder rückwärts! Oh mein Gott! Nein! Du willst mich doch sterben lassen, ich preise! Verschwörungstheorien! Nein! 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 Hey, ist das? Wie, wo? Sorry, ich hab grad leider auszusehen nicht aufgepasst. Orange wurde neu zusammengebastelt. Jetzt hat er eine tiefere Stimme. Eine tiefere Stimme. Eine tiefere Stimme. Eine tiefere Stimme. Eine viel tiefere Stimme. Bei ihm ist jetzt alles tiefer. Tiefer gelegte Reifen. Tiefer gelegte. Ein 3er-BW gekauft, oder was? Aber unbedingt. So, du kannst wieder normal. Da waren wir vorhin doch auch schon, als ich das hier auf normal gemacht hab. Ja, aber da war ich noch nicht bereit mit Portal setzen. Damals warst du noch nicht bereit, gell? Ja, ich war einfach noch nicht bereit. Ich hab noch etwas Zeit gebraucht. Gut, Orange wurde wieder neu zusammengebastelt und hat jetzt wieder eine andere. Stimme, Uncaddy! Nerfixer, Stimme, wie ich machen kann! Yay! Einfach nur zu Freuden von Lars! Ich hoffe dass es innerhalb von.. Verdammt! Verdammt, verdammt! Verdammt, verdammt... Verdammt, verdammt. Ja, ich hab' grad das Interface aus gesehen geöffnet, weil ich hier mein halbes Equipment auseinander geboten habe. Verdammt, verdammt, verdammt. So. Da! Spring, spring! Jaa! Er hat das geschafft! Oh mein Gott! Gott gekürzt! Ich bin voll der Cheater! Junge, junge, Junge! du hast ja von meiner porno karriere mich gesagt das war die nächste montagestation erreichen ja du hießt ja mal eigentlich ja mal fayregan ja aber du solltest es nicht überall rum erzählen ja gut mach ich nicht also das schneiden wir nachher eh raus warum glaube ich da nicht ich glaube wir sehen das gerade mal im vierten level von 10 oder so ne ich glaube es ist schon beim fünften oder so was das kann man ja das war das vierte glaube ich war das sind wir beim fünften wenn wir hier wieder zusammen gebacken werden ey oh wow bist du beim Sitten? Sitterfuck! Juhu! Das ist das reguläre Level vom Schmied! Das letzte Teil der Ver- Auch! Kannst mich nicht überarmen? Stütten ist das bei ist nicht ganz funktionieren ja auch wenn die Blumen hat sich wirklich wie ein Dummkopf benommen Weg nach! Juuu! Baaap! Juuu! 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 Oh my godness! Juuu! Juuu! Oh mein Bettmesser! Juuu! 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 Das gibt's doch gar nicht! Du musst so viel! So viel! So da muss ich eins setzen! Juuu! Jaaa! Jochen! Und hier eins! Das wird lustig! In welche Richtung musst du? Nee, nicht in die, gell? Du musst nach da! Wohin? Ja! Da durch! Jetzt geh doch durch! Sag's mir doch! Du weißt doch, dass ich einen IQ von unter 53 habe! Oh! Ja! Ja! Jetzt weiß ich's! Hä? Wieso? Oh! Setz du mal da die Portale hin! Nee, 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 nee! Oh! Nein! Oh! Nein! Das ist echt ein niedriges Nuko, oder? Ich hab das Level nicht angeschaut! Wo müssen wir denn hin? Ah! Schnell! Drück auf den Knopf! Knopf! Auf den Knopf bitte! Knopf bitte! Ding grad nicht! Ich konnte grad wenig benutzen! Das kann man übrigens im Video immer schön sehen! Wenn unten rechts die Ausblendung fehlt, dann kann ich mich nicht bewegen! Geh mal bitte kurz runter von deinem Knopf! Schauen was ich damit hier mache! Ja! Du machst das da oben! Ah! Kannst du da jetzt ein Portal setzen? Zufälligerweise? Ja! Echt jetzt? Cooler Tag! Ist wahrscheinlich überhaupt nicht gewollt, aber egal! Ich weiß! Ich weiß, welches sinnlos ist! Ich könnte dich jetzt hier durchschießen! Waaah! Ey mach mal, mach mal! Doch mach mal! Mach! Warte mal, warte mal, warte mal! Nein, nein, nein! Du sprichst jetzt einfach mal da durch! Scheiß drauf! Wo durchspringen? Ich kann hier nirgends durchspringen! Ich bin auf einer Insel! Tja! Dann musst du da rauskommen! Ja, aber sobald ich rauskomme, drehe ich das Ding ja wieder um! Guckst du! Und dein Portal ist wieder weg! Nein! Doch! Brauche ich aber warm! Ich weiß was! Du musst... Ich lasse über das Senken einfach mal dir und... über dem hier mal den Quatsch ein paar hart! Ja! Gut, dann kann ich nicht so lange konzentrieren! Das glaube ich nicht, weil... Harte meine Hänkchen schon! Nein! Ich wollte eigentlich sagen, das glaube ich nicht, weil ich dich dauernd zuquatschen werde, aber das ist wohl eher anders... herum! Anders herum? Ja, ich wollte... Ich quatsch dich zu? Ne, ich wollte eigentlich gerade so cooles... Ich quatsch dich doch nicht zu! Ich lass dich doch immer ausreden! Was hast du eigentlich? Also ob ich dich zu bin? Jetzt ganz ehrlich, ich quatsch dich nicht zu! Also ich lass dich immer schön ausreden! Du darfst auch viel sagen! Ich quatsch dich nicht zu! Ich wollte eigentlich gerade nur sagen... So möchtest du nicht einfach mal... Nehmen wir mal weiter gehen! Nein! Warte! Ich glaube, ich habe langsam sogar eine Idee! Gut, du gehst raus! Da... Ba-da-da-da! Ich bin dabei! Und dann spring ich hier lang! Bah! Genau! Genau! Okay! Ich weiß es! Genau! Gleich hatte ich doch gerade auch! Hattest du? Ja! Also ich bin da! Wo bleibst du? Ich bin auf einer einsamen Insel und komme mir nicht runter! Also ich helfe dir! Bei dir müsste da eigentlich jetzt irgendwo ein Stein sein! Äh, ein Stein! Hilft dir was? Oder so! Was? In der Art! Wie wäre es, wenn du einfach mal reingehen würdest? Hier und so! So! Schauen, ob das funktioniert! Das ist total bescheuert! Ich weiß! Weil ich hier dann abstürzen werde! Richtig! Scheiße! Ich habe das heute schon vor da gesetzt! Ja, ich weiß! Du warst das Blut! Tu nicht so stolz! Geil! Fühl dich nicht so! Ja, spring! Ja, so ist's gut! Spring! Spring! Okay, nicht spring! Nein! Ich geh mich mal kurz, äh, hängen! Du, es geht nicht darum, wer als Letzter übrig ist! Was? Auch! Immer weil ich gewobbt hier! Ich habe mir das Gefühl, die mag mich nicht! Nein, Lars! Das ist nicht so! Nein, Mann! Zu Beginn befürchtete ich eine zu böse Nähe zwischen euch! Doch in meinen Versuchen, euch zu entzweien, lernte ich etwas über Vertrauen und Verrat! Das ist schön! Eure Gehirne sind zu winzig für diese Gefühle! Also kann ich euch vollstens vertrauen! Vertrauen? Was war das jetzt nochmal? Weißt du das noch, Lars? Was? Hast du das gesagt? Hab's auch wieder vergessen! Egal! Special Mission! Unser Ziel! Überleben! Werden wir nicht! Ich weiß! Unser Ziel! Nicht sterben durch sie, sondern sterben durch uns! Ich wette um ein Luftmolekül! Es gibt gar kein Luftmolekül! Wir werden jetzt wahrscheinlich wieder die Chemiker unter uns schreiben! Welche Chemiker? Ja gut! Ich weiß, Gamer haben keine Ahnung über irgendwas! Welche? Gamer? Aber ich wette um das, dass wir jetzt sterben werden! Welche? Das ist der letzte Test der Standardstrecke! Äh? Die Striche sind voll! Die entschieden! Ich dachte ihr freut euch mal um eine kleine Herausforderung! Ach das kenn ich sogar noch! Juhuuu! Vollkommen sinnlos! Aber ich spring trotzdem mal! Ah das Level da, da ich mich auch fühle! Oh oh oh! Wie oft sind wir da gestorben? Ich spring dann mal! Ich hab vollkommen Angst vor dir! Das war hier doch immer wo... NICH! Wo man hier so steuern muss, gell? Ja! Damit du Jan nicht stirbst! Damit ich nicht dauernd sterbe! Warte ich muss... Damit du nicht dauernd stirbst! Ich muss blau umsetzen! Ich muss blau umsetzen, gell? Ja! Das muss ich jetzt... Umdrehen, umdrehen, umdrehen! 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 Ah! Du Pfosten! Wieso bin ich da nicht tot? Weiß ich nicht, aber das ist cool! Haha! Ich will weg! Ah! Haha! Wie lange wird das Haus sagen? Wetten! Oh! Ich wollt grad sagen... Ich wollt grad sagen... Lass mich mal schauen wie das aussieht, aber... Da war das... War ich auch schon tot! Weg da vom Knopf! Vogel! Klappli! Muhahaha! Haha!